Willkommen bei Rise of Venice, der Handels- und Wirtschaftssimulation zur Zeit der Renaissance. In diesem Spiel geht es darum, dass du vom einfachen Krämer zum mächtigen Händler aufsteigst. Hierzu handelst du Waren und transportierst sie zwischen den verschiedenen Städten des Mittelmeerraumes. Für den Transport von Waren sind Konvois zuständig. Die Konvois, die du hier siehst, werden von den Händlern der Städte gesteuert. Sie sorgen dafür, dass die in den Städten produzierten Waren an alle Städte verteilt werden. Deine eigenen Konvois erkennst du an den blauen Segeln. Du kannst einen Konvoi auswählen, indem du ihn anklickst oder den Konvoi-Button im HUD verwendest. Einen Konvoi verschickst du, indem du mit der rechten Maustaste eine Stadt anklickst. Du kannst allerdings nur Städte anklicken, die du zuvor entdeckt hast. Mit der Leertaste beschleunigst du die Zeit. Übrigens kannst du die normale Simulationszeit auch jederzeit ändern. Um in einer Stadt handeln zu können, muss ein ausgewählter Konvoi vor Anker liegen. Klicke dann den Marktplatz an. Im Handelsfenster kannst du sehen, welche Waren du an Bord hast und welche in der Stadt vorrätig sind. Waren mit großem Vorrat sind günstiger, da das Prinzip von Angebot und Nachfrage eine Rolle spielt. Jede Stadt kann fünf Waren produzieren. In der Regel kannst du solche Waren günstig kaufen. Um eine Ware zu kaufen, klicke sie an und bewege die Maus. Du kannst sehen, wie sich der Preis erhöht, wenn du sehr viele Waren kaufst. Kaufe nicht, wenn eine Stadt weniger als zwei Balken hat. Lass die Maustaste los, um den Handel abzuschließen. Verkaufe die Waren in einer Stadt, in der sie nicht produziert werden und deren Vorrat niedrig ist. Verkaufe nicht bei zwei oder mehr Balken. Übrigens, hast du in der Stadt ein Kontor, so stehen weitere Handelsrichtungen zur Verfügung. Du kannst dann nämlich auch zwischen Lager und Konvoi sowie Stadt und Lager handeln. In einer Stadt kannst du neben dem Handel auch noch weitere Aktionen durchführen. Tipps werden dir hier unten angezeigt. In vielen Dialogen gibt es Infosymbole, die zusätzliche Informationen anzeigen.